So, herzlich willkommen bei Strike 2 at Zero, Director's Cut, Mission 2. Ja, ja, wir nehmen gleich mal den, jetzt ist mir zu blöd. So, gut, starten wir. Aber wenn wir in dem Spiel drin sind, wiiiih. So, wollen wir die Lautstärke mal ein bisschen erhöhen? Ich habe im letzten Video... Alles klar, okay. Speichern. So, auf geht's. So, dann sind wir wieder zurück. So, dann sind wir wieder zurück. So. Oh, shit. Out of nowhere. I need the Proteus to dock, so that I can leave the Station. Proteus, what do your orders say? I gave the orders. You were told to follow instructions on arrival. Confirmed! The orders were checked and verified. Okay, Proteus, dock and load up so we can get out of here and back to the fleet. alles klar finder jetzt geht's los auf geht's komm wir an Kontrol, ich schaue deine Bildung und ich sehe nicht einen AI-Einsatz. Ich bin in den Körper und der Wissenschaftler. Dr. Isabella Able. Ich komme. Adams, Proteus, gib mir eine Sicherung. Ich mag das nicht. Wenn dieses Ort ist wichtig, warum soll ich es schlafen? Warum hat sie hier verlassen? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was ist er denn? Das stirbt nicht mehr. Gott, was ist jetzt los? Jetzt aber. Meine Güte. Ich habe keine Zeit, um zu erklären. Warum? Was wird passieren? Die Kolonialen haben die Transmisten, die mit dem Flughafen verabschieden. Sie haben sich verabschiedet. Sie haben sich verabschiedet. Die Kriegler sind nur der Anfang. Mehrere Kriegler sind. Wenn wir nicht in der richtige Zeitraum, es gibt eine 98% Wahrscheinlichkeit, dass Sie die Welt verabschieden werden. Wenn wir in Zeit verlassen, können wir die Wahrscheinlichkeit zu einem managablen 87%. Wenn Sie bleiben, Sie sterben hier. Wenn Sie bleiben, Sie sterben. Meine Fresse, jetzt bleibt doch mal stehen. Was ist jetzt los? Na okay, er hat es geschafft. Gut. Ich habe es ein bisschen abgelenkt. Ich habe ein Boot, ein Prototypen, es braucht ein Pilot. Und du verwertest, dass ich das hier fliehe? Es wird nicht notwendig sein. Ich habe eure Fälle. Wenn ich ein Boot, ein Prototypen in der Zeitraum muss. Und du erwarten, dass ich das hier fliehe? Das wird nicht notwendig. wenn ich eine gewisse Zeitraum verabschiede, ich werde das Team im Pilot pilotieren. Wir haben die Rakete ausgewiesen! Jetzt hauen die ab! Wieso hauen die ab? So, ich muss in die Basis reinfliegen! Wie schnell! Dort! Neues Raumschiff! Hier ist Strike Mode. Um sich in Strike Mode zu transformieren. Das Schiff braucht einen spezifischen Typ von Fond-Energie. Ich nenne diese Energie Flux. Jo! Willkommen! Evangelion! Ne! Ich will die Drones um zu demonstrieren. Feindliche Schiffe zerstören um Flux zu sammeln. Okay. Muss ich mir erstmal wissen. Ich brauche noch mehr Feinde. Gib mir mehr Feinde. Hoi! Ups! Aaaaah! Komm her! Komm her! Komm her! Schreibe doch mal stehen. Oh Gott! So! Jetzt Strike Mode umzuschalten! Oh, ich habe keine Ziele mehr. Ha ha ha. Ah, ok. Be aware that firing the cannons depletes the stored flux. Noch mehr Ziele. Yes. Auf geht's, komm. Ah, ok. Mit 3 kann ich zielen, also verfolgen. Gut. Und dann kommen sie. Let's go. Komm schon näher ran. Ah, hey, hey. Ah, hey, hey. Ah, go, go. Ah, go, hop. Auf zum nächsten. Ich habe nicht ewig Zeit. Ups. Was ist denn jetzt schon wieder? Die Raketentaste, ok. Ach, waren schon alle. Ups. Ja, komm, los sind sie denn. Oh Gott, wo schieße ich hin? Scheiße. Gott, so schlecht. Komm schon. So, hat nicht ewig Zeit. Noch mehr, oh Gott, das ist ein großer, ach du scheiße. Ich muss mich jetzt beihren, scheiße, 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 ein Augenblick. So, und wieder zurück. So. Und weiter geht's. Ich hoffe, ich habe jetzt gespeichert. So sicherheitshalber eine Speicherfrischung. So sicherheitshalber. Woa. 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 We're coming out. Boom Achtung, Rakete, Rakete Oh, er explosiert genau neben mir, aber es ist nicht gut So, haben wir auch Oh, mein Panzerung ist am Arsch, mein Schild, mein Ende Komm, lad auf, schön Autsch Na, komm her Oh, Leute Jetzt Finde ich ewig Zeit So, bleib schön hier Was ist das? Und zwischendurch Wow, ein Cent Und da haut der einen ab Puh, boah, das war entschränkend Im Augenblick, genau Fürs Erste Yeah So 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 Weiter geht's Da haben wir Kontrollern Haha Jetzt schon zürich ab So, Mission 2 completed und ne Trophäe Wuuu Und voll ab, ey, und komm Yes Wuuu Das war immer richtig klasse Panzerung Nice Schön, 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 schön Gut, äh, das war Mission 2 Dann beende ich das erstmal für heute Und Man sieht's beim nächsten Mal Ich hoffe es hat euch gefallen Kommentieren nicht unten vergessen Und Like nicht vergessen Und Ihr könnt gerne bei meinem Stream vorbeischauen Auf Twitch Ist auch unten in meinem Kanal Link verlinkt Link, link, verlinkt, klar, link, link Ne, und ja Dann sieht man sich beim nächsten Mal Wurde ich sagen Ja Und naja, wie gesagt Auf Facebook noch verfolgen Wenn ihr mich äh Begleiten wollt Wenn ich streame Ne, also dann Haut rein Und bis zum nächsten Mal Tschüss Und bis zum nächsten Mal Und bis zum nächsten Mal Vielen Dank.